Hunting the Hunters ist das heutige Motto. Wir ballern ein paar Hunter nieder, bauen drei Stück von jeder Sorte hier einmal und noch einmal den Martis, den guten. Das soll der Leader von der Truppe hier sein. Aber ich denke, dass wir die relativ gut unterknüppeln können. Und dann würde ich sagen, gehen wir heute noch einmal nach Ingen in die Stadt und schauen, ob wir vielleicht sogar schon die Waffe herstellen können von Shadis, weil wir haben ja letzte Folge fünf Juwelen von dem bekommen und ich bin mir schon echt ziemlich sicher, dass diese fünf Juwelen bestimmt reichen, um eine Waffe herzustellen. Rüstung, würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil bisher kommen wir ja echt gut durch. Der Schaden hält sich jetzt ja auch mehr oder weniger in Grenzen. Und ein bisschen Damage, ich glaube da ist keiner abgeneigt von uns. Hier haben wir noch einmal den Martis. Ist ein bisschen sehr wie die anderen, aber das hat sich jetzt auch schon erledigt. Wir haben einen Westgegenstand bekommen. Der verlorene Sohn. Können wir einmal Hermits Ring Lizenz. Das heißt, der müsste ja hier irgendwo sein. Da oben, Alast's Son. Da oben kriegen wir diesen Ring her. Vielleicht heißt der NPC sogar Hermit da oben. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich habe immer noch keine Ahnung, wo sich der Gute befindet. Wir brauchen noch einmal einen Hunter und zwei Pouchers oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Ich weiß gar nicht, wo wir die haben. Das ist ein Lauter Magier nur. Da haben wir einen Poucher. Oder Poucher. Das weiß ich. Und da haben wir noch einen Hunter. Okay, das ist jetzt uncool. Jetzt haben wir gerade... Ich gehe noch ein bisschen durcheinander. Gut, der Haltrank hat gezündet. Das war gerade auch echt notwendig. Ich habe gerade eben noch davon gesprochen, dass unsere Richtung ja so weit passt. Aber... Dieser Typ da hinten, der Ball hat ja mal brutal Damage rein. Ist ein bisschen übertrieben. Ähm... Ich glaube, das war ein bisschen zu früh gezogen. Uh, 112 Leben. Das war ein bisschen arg knapp jetzt. Da ging mir jetzt gerade schon noch kurz die Düse am Schluss. Ich meine, das wäre jetzt echt peinlich gewesen, wenn wir bei diesen Trash-Mobs hier sterben. Aber die Aufgabe hier haben wir jetzt auch durch. Das Motto für heute hat sich wohl schnell erledigt. Dieses Hunter der Hunters. Da haben wir den guten Hermit. Speak louder! Okay... Aber bestimmt sind OP synchronisiert. Boah, deine Geschichte interessiert keinen! oh mein gott die so typisch klasse hallo logo haben jetzt auch übrigens den ring bekommen wo wir uns hier wieder her porten können dann brauchen wir nicht hier immer zurück latschen was ich mega cool finde damit können wir nicht interagieren die müssen wir wirklich nur folgen gerade und was will der gute uns denn nur zeigen knochen ausgegraben den wir aber nicht anklicken können das wird wohl nicht sein und laut seiner körpersprache steintafel okay was haben wir denn hier da vorne ist ein drache was die steintafel wohl damit zu tun hat es ist echt selten dass wir eine sequenz hier bekommen aber wenn wir eine bekommen würde ich sagen die nehmen wir mit sofern ich sie nicht wieder skip da liegt der gute aber der sieht irgendwie nicht sehr lebendig aus ich habe gerade soeben nun besucht ich habe die tür heute nicht zugemacht bei hermit kann man auch irgendwas kraften da gibt es schöne waffen hier können wir sogar von schadis die waffen herstellen natürlich fehlen uns hauptchen federn wie kann es denn auch anders sein wir brauchen auf jeden fall dieses schwert hier damit wir dann dieses schwert hier herstellen können und das brauchen wir wahrscheinlich wieder damit wir das hier herstellen können oder wie kann ich das gerade deuten können wir mal die werte anschauen 12 6 29 12 6 29 17 ich habe gerade nur grob die hauptwerte an aber die schenken sich jetzt hier eigentlich nichts sind die vielleicht optisch einfach nur anders aber einmal das hier zur auswahl und einmal reset review die sehen sogar gleich aus sind die items vielleicht möglicherweise anders die wir brauchen das ist jetzt a und hier hatten wir b schwert also falls ihr hier irgendeinen unterschied seht könnt ihr mir das gerne mal in die kommentare schreiben aber ich sehe hier gerade keinem wir nehmen uns mal das rezept hier für dieses schwert mit weil das macht doch deutlich mehr schaden jetzt wie unser bisheriges oh diese oh Entschuldigung meine Nase das ich verstehe es halt echt nicht ich bin halt nur am jucken jetzt müssen wir die ganze Strecke einmal zurück oder wie return to wood fire refug das wäre hier unten ähm dann machen wir das jetzt kurz ganz anders wir gehen kurz einmal in die stadt so wenn wir können wenn wir nicht wieder verfolgt werden von euch sehr suspekten wesen so das war's mit denen ja dann können wir von der stadt aus ähm da gleich hin porten dann sparen wir uns da ein bisschen weg okay war das nächste sogar so dass wir ab 25 neue heiltränke und so bekommen dürfen wir auch nicht vergessen jetzt mal wieder ein bisschen mehr los hier die letzten tage war hier oder die letzten aufnahmen meine ich nicht die letzten tage ähm war wirklich ein bisschen weniger los hier ähm zu mount eda wollen wir wieder da müssen wir entlang zu lukas der hat zwei neue aufgaben für uns drei neue aufgaben für uns das sind immer noch die alten aufgaben die nehmen wir nicht mit wir müssen sogar schon hier oben in die nächste zone wir schließen natürlich erstmal mount eda komplett ab wir nehmen jetzt noch ein paar habchen mit weil wir noch vier federn brauchen die waffe würde ich echt wahnsinnig gern herstellen vom damage lohnt die sich halt richtig und ich glaube wir müssten sogar bald in die richtung von den yetis kommen da dürfte auch nicht mehr allzu viel fehlen oh wir haben die materialien sogar schon zusammen das ist ein glück haben wir die hier mal noch kurz kaputt und dann gehen wir direkt weiter müssen wir jetzt sogar zu den yetis hier hoch sind wir wahrscheinlich schon so weit dass wir uns jetzt erstmal mit beiden fraktionen vertraut machen müssen und jetzt müssen wir zu den trollen ich glaube danach dürfen wir uns entscheiden wo wir hin wollen wie gesagt wir werden definitiv zu den yetis rüber gehen weil ich da einfach mehr bock drauf habe hier können wir sagen dass wir bei denen kämpfen müssen ich will dir helfen ich will dir helfen ist es etwas was du brauchst ich glaube ähm haben wir jetzt schon eine seite gewählt ne ich glaube dazu kommen wir gleich erst noch wenn wir hier einmal zurück zu dem archäologen mein headset sitzt halt irgendwie auch nicht richtig ich glaube bei dem dürfen wir jetzt ausruhen wo wir hin möchten genau jetzt können wir wählen ob wir zu den trollen oder zu den ogern möchten aber wie gesagt wir nehmen ähm die trolle ich meinte die ogre haha hab ich euch dran gekriegt was so und wir müssen jetzt wieder nach oben zu den trollen und dann müssten die aufgaben bei den trollen losgehen ich würde sagen wir machen davor auch ähm noch einmal einen abstecher hier zu ähm der guten dame hier und wir machen das ein bisschen anders wir nehmen einmal den ring porten uns dann nach oben zu hermit und stellen uns erstmal unsere neue waffe her so so das müsste die hier sein dieses victorious greatsword können wir mal schauen wie uns der damage gleich hoch geht und 301 auf 318 also schon ein gutes stückchen lohnt sich definitiv optisch jetzt mal die waffe dahin gestellt ist jetzt persönlich nicht so mein geschmack aber mich hat ja keiner gefragt mich hat ja keiner gefragt dann gehen wir jetzt mal unten aber ich glaube ich mache hier kurz mal einen cut rein weil ihr wisst bescheid bis gleich wir sind zurück bei der guten liara und unser hat auch mal wieder den weg zu uns gefunden das ist glaube ich echt dass es irgendwie insgeheimer stalker ist aber wir haben jetzt wieder aufgaben angenommen was habe ich jetzt hier wieder geöffnet die fett fingert wieder aufgaben angenommen die wir nicht wollen oder die brauchen wir glaube ich die brauchen wir nicht was ist denn das hier genau für eine mercenary of the ogress das ist eine wiederholbare irgendwie glaube ich das gerade nicht weil die gibt fraktionspunkte das müsste eine einmalige quest sein dann haben wir noch die hier da müssen wir aber in ein anderes gebiet wieder rein jetzt muss ich gerade echt mal schauen ob wir hier jetzt gleich vielleicht was neues bekommen da sind wir bei den ohren und genau hier bekommen wir jetzt neue aufgaben da haben wir auch noch eine bei ingwer es müsste meine ich eine aufgabe sein dass wir die fraktion wechseln können ich bin da jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz so sicher da unten haben wir jetzt drei aufgaben waren es auch schon drei kann es gerade nicht genau sagen so wir haben sehen hier jetzt schon unser neues overlay wir haben hier einmal ich meinte interface overlay wie der muss sein egal ich stehe gerade auf der auf der leitung wir haben einmal mad eye das sind die trolle und dann einmal ogre und wir sehen immer wie viele spieler sich in dem jeweiligen gebiet von welcher fraktion gerade befinden jetzt ging es eins hoch jetzt hat es uns als spieler erkannt und so sehen wir dann eben immer wie viele leute gerade von der feindlichen fraktion sich hier drin befinden wir bekommen hier auch noch ein paar neue aufgaben die wir natürlich alle einmal mitnehmen eben seine bräuchten wir theoretisch ich glaube nicht machen ähm weil es wiederholbare sind aber wenn wir da eh schon oben sind weil die geben relativ gut exp für wiederholbare aufgaben und dann ich weiß nicht was ich mit diesem fenster habe und dann nehmen wir die auf jeden fall mal mit wir haben noch unsere sammel aufgabe dann einmal markert village das ist ja die nächste äh zone und dann müssen wir einmal hier hin und dort hin das wäre eigentlich geschickt wenn wir erst nach unten gehen money over france und death to the trolls okay nein ähm vergisst was ich gesagt habe kommando zurück weil die aufgaben die da unten angezeigt werden das sind eigentlich die gegner die wir im oberen bereich finden warum auch immer das gerade so falsch angezeigt würde kann ich nicht genau sagen aber so ist das nun mal aber ein bisschen holz das nehmen wir auch sofort wieder mit wir haben erst sieben von diesen tokens mein glücklicherweise ist es ja die aufgabe für die nächsten drei gebiete ich glaube so schlecht sind wir da jetzt auch wieder nicht mit dabei haben wir noch einmal ein erz und ich sehe gerade die folge ist leider auch gleich schon wieder zu ende so und dann gehen wir in der nächsten folge einmal in die war zone rein ist nicht sogar irgendwie so ein neues spiel was gerade so voll im hype ist bin ich so der shooter fan aber ich glaube das ist doch so ein call of duty oder so wenn ich mich nicht täusche bei mir ich mich wahrscheinlich gerade so richtig übel also wir beginnen hier in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge haut rein bis zum nächsten bis zum nächsten